Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer, ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe. Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargabels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Was? Wie? Wo? Wer? Pass doch auf, wo du hinschlumpfst, klassen Sie. Entschuldige, Fauli, ich wollte nur... Pass doch auf. Du hast fast meine neue Schlupfbärenpflückmaschine kaputt gemacht. Boah, aber Handy, Fauli hat geschlafen und ich wollte, ähm... Geschlafen? Wer kann schon schlafen, wenn du in der Nähe rumschlupfst? Aber ich, ähm... Hallo, Torki. Ich hab ein Geschenk für dich. Für mich, Torki? Ja, eine Überraschung. Hallo, Schlaubi. Papa Schlumpf wäre darüber nicht sehr erfreut, Torki Schlumpf. Ich bin sein Assistent und Papa Schlumpf hat gesagt... Nicht komisch, gar nicht komisch. Das werde ich Papa Schlumpf erzählen. Was machst du denn da, Klammsee? Naja, also ich, äh, weißt du... Naja, mach nichts. Ich habe mit Papa Schlumpf wichtige Geschäfte zu erledigen. Aber hör doch, Schlaubi, ich wollte doch nicht... Ich, ich meine, ich hatte doch nicht... Ähm... Geh mir aus dem Weg, du buntes Geplatter. Ich hasse tollpatschige Schlümpfe. Aber, mal ganz ehrlich, Muffi, ich, ich, ich wollte... Ach, vergiss es. Kein Schlumpf mag mich mehr. Ich bin ja so unglücklich. Keiner versteht mich. Ein halbes Schlumpf gebranntes hier hineinzuziehen. Drei Schlumpfsasa-Parille-Blätter. So, das dürfte wohl reichen, um das Experiment zum Schlumpfen zu bringen. Wow! Es klappt! Endlich ist es mir gelungen, ein spontanes Keimen zu schlumpfen. Ich hab Flower-Power. Junge, ich wette, wenn ich auch so ein Zauberer wäre, würde ich von allen Schlümpfen geliebt werden. Ja, das ist es. Ich werde sein wie Papa Schlumpf. Ja, mal sehen. Papa Schlumpf hat gebranntes Jena dazu benutzt und Schlumpfsäure. Jetzt werde ich alles erhitzen und dann... So was? Irgendwas ist wohl falsch gelaufen. Ja, natürlich. Papa Schlumpf macht diesen Zauberkram schon seit Jahren. Vielleicht brauche ich noch ein klein bisschen Erfahrung. Uh, Papa Schlumpf, wo bist du? Ja, da bist du ja, Papa Schlumpf. Ah, was ist denn, Klammsee? Ich möchte gern dein Zauberlehrling sein, Papa Schlumpf. Ich bin der geborene Zauberer. Ich schlumpf... Tut mir leid, Klammsee. Schlaubi ist mein Assistent und er ist mehr als genug. Na gut, Papa Schlumpf. Aber ich möchte jetzt sofort was Tolles zaubern. Ach ja, Papa Schlumpf ist noch im Wald. Da kann ich ja ruhig noch einen Blick in sein Zauberbuch werfen. So ein Mist. Ich suche mir einen anderen Eingang. Papa Schlumpf ist weg, also dann nichts wie hinein. Ah! Wo ist das Buch mit den Zaubersprüchen? Klammsee! Oh, hallo, Papa Schlumpf! Was schlumpfst du hier drin? Äh, ich... Ich wollte... Ich wollte wohl gerade dein Labor sauber machen, Papas Schlumpf. Eine wirklich ausgezeichnete Idee, Klammsee. Pst, 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 pst. Ah, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal! Ich hasse Zucker! Komm, Azrael, wir wollen ein wenig Wasser aus dem Brunnen holen. Der Schlamm müsste jetzt von einer wundervollen Dicke sein. Dieses Buch scheint mir ein klein bisschen schwer. Na komm schon, Azrael! Au weh, Gargamel! Warte, Azrael! Ich rieche Glückseligkeit, kleine Glückseligkeit in blau. Ich wittere Schlümpfe! Ich würde sagen, eine Seite ist besser als gar keine! Wie kommt denn mein Buch der Zaubermittel dahin? Ich wusste doch, dass ich einen widerlichen, ekelhaften, abscheulichen kleinen Schlumpf gerochen habe. Azrael, ihr habt eine Seite rausgerissen. Aber wenn Sie das Zaubermittel probieren, werden Sie eine große Überraschung erleben. Na mal sehen. Ein Schäufelchen Stecknadeln, dazu ungelöschten Kalk und ein sechs Wochen altes Ei. Alles gut vermanschen und über kleiner Flamme köcheln. Hä? Wieso passiert denn immer noch nichts, frage ich mich. Hä? Oh. Ah! Ein Monster! Schlumpft um euer Leben! Lasst uns von hier abrufen! Hilfe! Papa Schlumpf! Was ist passiert? Ich habe ein Gift aus dem Buch der Zaubermittel gebraut und das ist dabei rausgekommen. Was für ein Buch mit Zaubermitteln! Was für ein Blöde am Gargamelz! Gargamel? Ich habe doch gesagt, du sollst niemals dahin gehen. Na schön, ich will sehen, was ich tun kann. Hast du nicht vielleicht noch ein anderes Mittel, das mich wieder zum richtigen Schlumpf macht, Papa Schlumpf? Vielleicht dies. Wir müssen irgendwas anderes schlumpfen. Es hat keinen Zweck, Clamsi. Nichts meiner Mittel hat etwas bewirkt. Äh, soll das etwa heißen? Ich muss immer so bleiben bis ans Ende meiner Tage? Nein, nein, nein. Ich werde ein Gegenmittel finden. Geh nur nach Hause. Ich ruf dich dann. Oh, darf ich mitspielen? Igitt, ich hasse Monster. Das ist ja ein Geheimnis. Geht auf Deutsch. Kein Schlumpf auf dieser Welt will noch mit mir spielen. Ich kann nicht warten, bis Papa Schlumpf mich zurückverwandelt. Ich muss es selbst in die Hand nehmen. Ich muss Clamsi leider sagen, dass ich noch immer kein Gegenmittel gefunden habe. Lieber Papa Schlumpf, mich hat noch nie jemand lieb gehabt. Und jetzt, wo ich grün und schuppig bin, ist es sogar noch schlimmer. Ich bin zu Gargamel gegangen, um das Gegenmittel zu finden. In Liebe dein, Clamsi. Schnell, schnell, wir müssen Clamsi retten. Er ist zu Gargamel gegangen. Zu Gargamel? Wieso das? Um ein Mittel zu finden, das ihn wieder zu einem Schlumpf macht. Ich hasse Gargamel. Oh je, vielleicht haben wir Clamsis Gefühle verletzt. Ja, er wollte mit uns spielen und wir schickten ihn weg. Wir machen es nicht. Na also, da haben wir ja endlich den bösen, bösen Zauberbuchdieb. Und was machen wir jetzt mit ihm? Los, los, aus, ausreilen! Dieser Schlumpf ist nicht für dich, der ist für mich. Lass dich schlumpfen, Ruhe, Gargamel. Oder es wird dir noch leicht zu sein. Ha, diese Schlümpfe. Diesmal kriege ich die ganze lause Bande auf einmal. Ein klein bisschen Gummistärke, etwas Leine und dann noch den Gips. Suche, Schlumpf! Ich krieg euch noch, ich krieg euch alle! Jetzt! Vollschlumpfer! Ihr gemeinen Schlümpfe, ihr könnt nicht, ich meine, ich kann nicht, ich kann mich nicht mehr bewegen! Ist das geschluckt? Das Überraschungspaket ist Gargamel. Ich hasse Gargamel! Oh, vielen Dank! Ich muss das Zaubermittel finden, das ihr wieder zum Schlumpf macht. Ah, da ist es. Alle Zutaten sind hier, bis auf die Haare von einem Katzenschwanz. Schlümpfe, ich brauche Freiwillige, die mir drei Haare von der Schwanzspitze einer Katze hier schlumpfen. Asreils Haare. Sagt der Freiwillige? Oh, er meinte etwa uns. Also ich, äh... Wartet, es ist meine Schuld, dass es so gekommen ist, also gehe ich. Warte, Klamsi, wir werden alle mit Hand anschlumpfen, stimmt Schlümpfe? Oh, das ist aber nett von euch. Sicher, dann hat man Freunde. Sei ja vorsichtig, alle anderen helfen mir bei den Vorbereitungen. Asreil muss ich hier irgendwo versteckt haben. Ja, da gibt es nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Hu, hu, Asreil! Hier, mit sie leihen! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Und jetzt hol dir die Katzenhagen. Papa Schlumpf, die Katzenhagen. Oh, wirklich gut gemacht, Klamsi. Oh, beeil dich, lieber Papa Schlumpf. Gagamee fängt an sich zu lockern. Ich muss diesen Kleister zerbrechen. Fertig. Das muss, Schlumpf. Ich lehne es ab, so fest, du Stecken. Wo können sie nur stecken, dieser ungezogenen blauen Zwerge? Ach, jetzt hab ich euch. Hossa! Asreil? Das ist nicht fair. Ich bin groß und stark und die sind klein und schwach. Und ich, ich gewinne niemals, niemals. Pass doch auf! Oh, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, das ist schon in Ordnung, Klamsi. Ja, ja, wir mögen dich auch, wenn du tollpatschig bist. Ach, wirklich? Klar, hier, ich hab eine Überraschung für dich. Das ist aber nett. Ja, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, Klamsi.